Hallo miteinander, der Coronavirus bringt das ganze Leben durcheinander, sei es in der Geschäftswelt, sei es in der Privatwelt und unter anderem auch bei der Altkleidersammlung. Da haben wir zwei Probleme bei der Altkleidersammlung, einmal die Logistik, das heißt es fällt unter Umständen das Personal um die Kleidercontainer auszulernen und vor allem die Abgangsseite. Sämtliche Länder, die als Absatzmarkt gelten, haben sich verriegelt, haben zugemacht, man bringt keine Altkleider mehr in diese Länder hinein, sprich die Lager der Textilsortierer werden immer voller und platzen mittlerweile. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis bei der Altkleidersammlung der absolute Stillstand erreicht ist. Im Moment wird es der ein oder andere schon gemerkt haben, wenn er vor abgesperrte Container steht. Deswegen haben wir uns ein wenig Gedanken darüber gemacht, was wir denn machen können, um diese Situation zu entschärfen und wollen deshalb mal ein kleines Video jetzt bringen, wo wir ein bisschen über die Klamotten aufklären. Es ist so, dass in die Kleidercontainer prinzipiell tragbare Kleidung sind. Ich habe jetzt dann hier ein paar Beispiele, wo glaube ich ja jeder selber sofort erkennt, dass das in die Kleidercontainer nichts zum suchen hat. Wenn ich mir jetzt diesen Schuh anschauen, hier die Sohle in die Einzelteile und dann die Oberteile dazu, wird er jeder erkennen, das hat mit tragbaren Altkleidern nichts mehr zu tun. Also sowas bitte überhaupt nicht mehr in die Kleidercontainer hineinwerfen, das gehört halt einmal ganz klar in die Miltonne. Dann haben wir weiterhin so schicke Jacken. Ich hoffe, das kommt jetzt richtig schön zur Geltung, da man sieht, dass dieses ganze Kunstleder großflächig runtergeht. Da kann kein Mensch mehr was mit anfangen. Das zieht keiner mehr an. Das ist einfach Müll und hat im Altkleidercontainer nichts zu tun. Also solche Sachen bitte schön in Zukunft in dem Miltonne tun und nicht mehr in den Altkleidercontainer. Da haben wir noch einmal so ein wunderschönes Beispiel an Stiefeln. Wenn man sich jetzt das da anschaut, auch hier wie die Oberbeschichtung überall runter geht, es wird ja jeder kapieren, dass das kein Mensch mehr anzieht. Das hat dann nichts mehr mit Spende zu tun. Das ist der reine Müllentsorgung über den Kleidercontainer. Haben wir als weiteres Beispiel dieses Handtuch. Normalerweise könnte man jetzt sagen, na gut, ein Handtuch, das taucht vielleicht noch als Putzlappen. Ist prinzipiell auch so, dass wenn etwas aus 100% Baumwolle ist, dass das als Putzlappen noch taucht. Bei dem Handtuch haben wir aber das Problem, dass das schon so dünn ist, dass der Stoff schon so alt ist, dass er überall einreißt. Da kann man keinen Putzlappen mehr draus machen. Auch wenn es Baumwolle ist. Das Ding ist einfach Müll. In einem gewissen Maße kann man eine stoffliche Verwertung bei Kleidern machen, aber das ist nur ein sehr geringer Teil. Die Kleidersammlung lebt eigentlich nur von der Wiederverwendung. Sprich, es muss irgendjemand noch tragen können. Die Bitte, die wir einfach haben, und das gilt jetzt für das Rote Kreuz, für den Kreisverband Nürnberg, wie aber für alle anderen gemeinnützigen Organisationen auch, werden Sie sich darüber bewusst, dass wir nur tragbare Klamotten sammeln. Und alles andere, solche Beispiele, wie ich jetzt da gezeigt habe, die kann einfach in den Müll, wenn Sie das nicht in den Müll tun, sondern wir müssen das dann in den Müll tun, haben wir die Entsorgungskosten drauf und das macht unsere ganze Arbeit schwer oder zunichte. Jetzt einfach noch einmal ein paar grundsätzliche Sachen zur Kleidersammlung. Ein Kleidercontainer ist kein Mülleimer. Damit sollte schon mal klar sein, dass echter Restmüll im Kleidercontainer nichts zu tun hat. Es gehört aber in einen Kleidercontainer keine Matratzen rein, keine Teppiche rein, keine Elektrogeräte rein und auch wenn es gut gemeint ist, keine Spielsachen rein, weil das einfach zu diesem ganzen System Altkleider nicht passt. Wenn Sie solche Sachen haben, wie Spiele, die noch in Ordnung sind, wie Teppiche, sprechen Sie mit dem örtlichen Kreisverband, ob der eine Möglichkeit hat, diese Sachen wieder zu verwenden. Wenn Sie die Kleidercontainer nutzen, sind so gut und verpacken Sie Ihre Klamotten in Säcke oder Tüten. Unsere Container sind zwar alle spritzwassergeschützt, aber nicht feuchtigkeitsdicht. Das heißt, die Klamotten, wenn Sie lose hineinwerfen, ziehen Feuchtigkeit. Und wenn die Klamotten feucht sind, ist es schon mal fast der Tod dieser Klamotten. Also bitte in Säcke verpacken. Am besten wäre sowieso, Sie geben das Ganze bei Ihrem örtlichen Kreisverband ab. Hier bei uns in Nürnberg wäre es im Moment möglich von Montag bis Freitag, von 7.30 Uhr bis 15.30 Uhr. Außerhalb dieser Zeiten haben wir einen Kleidercontainer vor unserer Sortierung stehen, der dann immer am nächsten Werktag wieder ausgeleert wird. Dankeschön!